Hi, willkommen zu den Bros.Tideos. Wir haben die 8000 geknackt. Machen wir mal wieder ein kleines Community-Event. Da es mit wachsender Größe immer unwahrscheinlicher wird, einen Haufen irgendwie zusammenzuhalten und zu koordinieren. Machen wir jetzt etwas Ungeplantes, sondern einfach so spontan werden wir Level 1er Orks erstellen auf Tichondrios. Ich werde da mit meinem normalen Adiator, mit meinem Hauptchar, wie ihr ihn kennt, mit seiner pissgelben Rüstung, da werde ich auftauchen, statt mir einen Ork zu erstellen. Ähm, ihr könnt euch einen Char eben erstellen, Level 1er Ork auf Tichondrios, ich sag's nochmal. Und dann, keine Ahnung, lassen wir uns was einfallen. Ihr könnt natürlich auch mit irgendwelchen Allianzlern herkommen, ist eh kein PvP-Server. Und wenn euch die Wachen kaputt machen, dann seid ihr selbst dran schuld. Und mit euren Main Chars dürft ihr natürlich auch kommen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Keine Ahnung, ist mir komplett egal. Äh, wie gesagt, wir lassen uns was einfallen. Es wird sehr spontan werden, vielleicht verstecke ich mich und ihr müsst mich suchen, keine Ahnung. Das Datum ist übrigens diesen Sonntag, das heißt der 28. Mai, um 18 Uhr. Also ist geplant 18 Uhr, ihr könnt auch früher und später auftauchen, das ist völlig egal. Wir werden keine Gruppe aufmachen oder Schlagzeug. Ihr könnt quasi gar nicht zu spät kommen. Ich werde da sein, bis, keine Ahnung, bis keiner mehr da ist oder so. Ja, alles was ihr wissen müsst, unten in die Beschreibung. Und falls ihr noch Fragen habt, dann in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann. Bis dann. Ciao und rein.